Hi, heute möchte ich euch die Leslie Tanker 16-4 vorstellen. Das ist eine Salvin-Salut-Batterie und ebenfalls eine Neuheit 2015 von Leslie Feuerwerk. 16 Schuss, Kaliber 20 mm und in Pyromoldbauweise hergestellt. Es werden hier 2x8 Schuss kurz nacheinander abgefeuert. Das sollte ein richtiges Knallentferno geben. Hat mir an Silvester auch sehr gut gefallen. Über eure Meinungen und Kommentare bin ich wie immer sehr gespannt. Viel Spaß jetzt mit dem Video. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 5, 6, 7, 5, 7, 8, 9, 10 Euro. 3, 4, 6 Euro.